Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man einfache Befehle erstellen könnt, wie ihr einfache Befehle erstellen könnt und dafür geht ihr einfach unter onplayercommandtext und ich habe hier schon zwei Beispielbefehle erstellt, aber wir werden gleich nochmal selber einen erstellen. Also, ein Slash-Lebenbefehl, man kriegt dann Leben, 100%, also 100% Leben und ein Teleportierungsbefehl, also man wird an eine andere Stelle teleportiert, also Slash-SF, du hast dich hier wirklich nach SF teleportiert. Gut, jetzt machen wir einen neuen Befehl, also machen wir if strcmp, oh Gott, was mache ich, cmdtext, unseren Command, den können wir jetzt Rüstung nennen. true, gleich gleich 0. Gut, was wir jetzt machen ist, hier das Grundgerüst, ein return 1 und wenn er diesen Command eingibt, machen wir jetzt set. Set Player Armor, Player ID und 100% Rüstung, send Client Message, also machen wir nochmal, um ihm eine Nachricht zu senden, deine Rüstung ist erfolgreich, sagen wir mal, gefüllt. Gelb, du hast, äh, ne, deine Rüstung ist nun auf 100%, ja. Ja, das war's eigentlich auch schon, aber irgendwie ging mir das zu schnell. Ja. Dahering könnten wir noch etwas anderes machen, wie wir hier unseren Game Mode Text machen, also wenn wir jetzt hier, hier diesen Mode name, also Mode, hier können wir das ändern. Nehmen wir jetzt mal, YouTube und hier euer Game Mode Name. Also, das war's eigentlich auch schon, ihr könnt das noch erweitern, mit ganz vielen anderen Sachen. Ich werde euch vielleicht im nächsten Tutorial zeigen, wie man ein OOC-Chat macht, also womit man mit jedem kommunizieren können und dann auch in den weiterführenden Tutorials, wie ihr den Spawn festlegt und alles andere. Also, wir gucken jetzt, ob keine Errors kommen. Und, seht ihr da, keine Errors, keine Warnings. Und, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein! Und, Uhm, Vielen Dank.